Willkommen zu einer neuen Folge von Brotato. Ja, die letzte Folge kam ziemlich gut bei euch an und deswegen gibt es heute eine weitere Folge. Ihr habt gefragt, ob ich das Spiel durchspiele. Also, wir können zum Beispiel machen, dass ich mit jedem Charakter einfach mal spiele. Ihr könnt da mal reinschreiben, auf welche Schwierigkeitsstufe ich spiele, oder einfach mal mit jedem Charakter ein Video. Oder wenn eine Playlist für die verschiedenen Gefahrenstufen machen sollen, zum Beispiel 4 und 5. Mittlerweile habe ich Nummer 4 freigeschaltet. Ich habe auch eine Folge aufgenommen gehabt mit dem Generalist, aufgefahren Stufe 3. Die ist aber, ne, auf 2 war es, weil die Lila ist. Die ist aber leider verloren gegangen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist da ein Fehler aufgetreten. Richtig ärgerlich, aber naja. Heute möchte ich mit euch den Werkmeister spielen. Der hat Explosionsschaden und Explosionsgröße pro ein Elementarschaden. Das heißt, wir müssen auf Elementarschaden gehen. Machen normal weniger Schaden und Rüstung wird verringert. Also nicht auf Rüstung gehen. Ja genau, wir fangen an mit dem Schritt. Und auf Gefahrenstufe 4 erscheinen neue Gegner, wie auf Gefahrenstufe 1. Elite-Gegner und Horden, wie auf 2. Gegner sind stärker, wie auf 3. Und mehr Elite-Gegner und Horden. Also das wird richtig, richtig heftig. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht gespielt auf R. Ich habe auch auf dem Werkmeister. 3 habe ich beim allerersten Versuch geschafft. Aber jetzt starten wir mit Gefahrenstufe Nummer 4. Und wir gucken einfach mal, was die Gegner so aushalten. Ob wir auch Ressourcen haben oder ob es mittlerweile sehr, sehr, sehr knapp ist. Und ja, ob es noch einen Boss gibt, ob es zwei Bosse sind. Und ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, es gibt doch ein paar Themen heute zu besprechen. Und wir gucken einfach mal so. Erstes Level up. Es ist eigentlich direkt nur scheiße. Deswegen gehen wir hier mal auf Ernte. Schredder, jawohl. Oh, eine Horde in Welle 12 in 14 und in 17 kommt ein Elite-Gegner. Ja, das müssen wir überleben. Also genau, wer Potato nicht kennt, wir haben einen Charakter. Der Charakter ist unterschiedlich. Wir können sechs Waffen tragen. Wenn wir attackiert werden, können wir diese Bäume hier angreifen. Dann heilen wir uns. Es gibt verschiedene Stats, die wir auffüllen können. Und für jeden Gegner, den man eben killt, kriegt man diese grünen Münzen. Von denen kann man sich im Shop immer was kaufen. Die, die man nicht einsammelt, werden gespeichert für die nächste Runde. Und das Ziel ist es eben, alle Wellen zu schaffen. Und am Ende, ja, zu überleben. So, den Kaffee hole ich, weil wir gehen hier eh nicht offen um einen Schaden. Sondern Angriffsspeed ist für uns richtig, richtig wichtig. Ja, genau. Und hier zur Anfang des Videos spreche ich es am besten direkt an, falls euch das Video nicht interessiert und ihr schon abgeschalten gehabt. Und zwar, ja, wie ist die aktuelle Lage? Also, falls ihr noch nicht in The Last of Us reingeguckt habt, ich habe es auch schon in The Last of Us gesagt, aber The Last of Us ist momentan das Hauptprojekt, auf dem der Hauptfokus ist. Das wird eben immer kommen, wenn ich Zeit habe. Ähm, weil das Spiel ist einfach ein herzlichen Spiel von mir. Ich werde mir da sehr, sehr viel Zeit nehmen für das Spiel, weil ich einfach möchte, dass das Let's Play gut wird. Dann wird immer kommen, wenn ich Bock habe, ähm, eine Folge von Dead by Daylight. Das habe ich in letzter Zeit tatsächlich privat gespielt, ein bisschen. Also, ich muss sagen, manchmal sind Lobbys zwar immer noch voll scheiße, weil man eben Toxic-Leute hat. Und weil ich es tatsächlich als Killer-Main, muss ich sagen, ich finde es schwer. Ich habe mittlerweile ein bisschen das Spiel reingefunden. Ich finde es tatsächlich schwer, wenn man einen verfolgt und sich trotzdem alle drei anderen an die Chants setzen, obwohl sie die Zeit hoch gemacht haben, wie lange ein Chant dauert. Ich finde es trotzdem extrem schwer. Und die Chants fliegen einen wirklich um die Ohren. Aber das Ding ist, wenn ich Survivor spiele, dann ist es irgendwie genau umgekehrt. Deswegen kann ich euch auch keine Survivor-Folgen bringen, weil ich dann, ähm, das ist nicht böse gemeint, weil ich dann einfach Random-Teammates habe, die in der Luft rumstehen und einfach nichts machen. Und ich habe wirklich oft, wenn ich Survivor spiele mit Randoms, ähm, die lassen mich einfach auf dem Haken hängen. Ich rette die und ich werde aufgegangen vom Killer. Oder werde meistens auch getunnelt. Also da habe ich auch einen Dricks-Killer, wenn ich Survivor spiele. Wenn ich Killer spiele, ist es genau andersrum. Und dann werde ich einfach aufgehangen und ich werde nicht gerettet. Und dann sterbe ich halt am Haken. Und das ist halt Gameplay. Das wollt ihr nicht sehen und das will ich auch nicht spielen. Das ist halt so das Ding. Also wie gesagt, wenn ich mal eine gute Runde habe, das hatten wir ja letztens auch in der Billy-Folge. Ähm, wenn es ein gutes Video ist, dann wird es kommen. Und wenn nicht, dann, ähm, dann eben halt nicht. Das ist halt das Ding. Ja, genau. So, also der Run läuft bisher eigentlich ganz gut. Fernkampfschaden, Angriffstempo ist gut. Jawohl, wir haben auch schon Raketenwerfer. Ich habe auch mittlerweile diesen Atom-Raketenwerfer freigeschaltet. Und ich hoffe, wir kriegen den. Ähm, ja genau. Wie gesagt, Potato wird, ähm, so ein kleines Mini-Let's Play werden. Je nachdem, ob ihr Gefahrenstufe 4 sehen wollt. Gefahrenstufe 5. Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare. Wollt ihr auch Folgen sehen, die ich, ähm, fast geschafft habe? Oder, ähm, beziehungsweise einfach, wenn ich spiele? Oder wollt ihr Folgen sehen mit einem Bild, wenn ich denn den Run schaffe? Also das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, welchen Charakter ich als nächstes spielen soll. Auf welche Waffe ich spielen soll. Auf welchen, ja, auf welche Fähigkeit ich gehen soll. Also zum Beispiel auf ganz viel Leben, auf ganz viel Leben, ab Zug. Also was ihr halt sehen wollt. Und genau, das wird, ähm, jetzt die meiste Zeit kommen. Dann wird auch, wenn ich Bock hab, werden auch weiterhin angespielt kommen. Oh, die nehm ich das gut. Hm, noch ein Raketenwerfer, das ist auch gut. Und, ja, genau, angespielt werden, kommt The Last of Us, Potato wird kommen, Dead by Daylight wird kommen. Und, ja, ähm, woran liegt's, dass kaum Videos, äh, kommen? Wie gesagt, The Last of Us kommt, wenn ich Zeit hab. Potato könnte ich einfach easy peasy spielen oder ich hüpfe in eine Runde Dead by Daylight rein und lad die hoch. Aber das ist es nicht. Ich möchte die Videos natürlich selber angucken, ich möchte die Videos bearbeiten und ich möchte natürlich, dass es nicht irgendwie so ein, äh, kackig Gameplay ist. Sondern ich möchte euch natürlich auch was bieten und ich möchte euch unterhalten. Und mir ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel nicht, äh, die ganze Zeit das Gameplay kommentiert, dass ich irgendwie ein Gesprächsthema hab. Ähm, was ich euch erzählen kann, dass ich euch halt einfach unterhalten kann. Und, ähm, um jetzt zu viel zu erzählen, ähm, ich mach einen Beruf, ähm, aktuell mit Schichtsystem. Also ich hab mal früh, mal spät und dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich meinen Schlaf hab. Ich muss gucken, wie ich, ähm, gelaunt bin, weil wenn ich keinen Bock hab, dann, dann nutzt uns allen das nix. Ähm, ja genau, dann hab ich keinen Bock. Dann ist für euch dieses Video zum Beispiel blöd. Da dran liegt's, ähm, dann zum Beispiel, wenn ich Feierabend hab, dann hab ich, ähm, nicht mehr unbedingt Bock, ein Video hochzuladen und zu bearbeiten. Und, ähm, im Moment kann ich euch auch sagen, es liegt da dran, dass ich im Moment, ähm, tatsächlich krank bin. Das ist auch so ein Faktor, weshalb nicht immer was kommt. Ähm, vom Kopf her und auch körperlich bin ich im Moment krank. Ähm, das ist auch so ein Thema, was natürlich reinspielt, ähm, weil ich hab auch immer öfters gelesen, ja, du bringst deine Videos zu unterschiedlichen Zeiten. Wann kommt's denn ungefähr, dass wir uns drauf einstellen können? Ich kann's euch im Moment nicht sagen. Wenn ich Urlaub hab, dann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich vorproduziere, dass die Videos zu einer bestimmten Zeit kommen. Ähm, aber so in der aktuellen Lage, wenn ich, äh, Schichtarbeiten muss, dann kann ich's euch wirklich nicht sagen, also, sorry. Es ist so, wie's ist. Ähm, ich hätt auch gern, oh, ich hätt auch gerne, dass es besser ist, aber, ähm, ja, es ist momentan eben, wie's ist. Oh mein Gott, der kostet 270, aber der ist episch. Ich glaub, der muss richtig reinkneiden. Ich hab den selber noch nicht gespielt, sondern ich hab mit dem Fall gespielt, den Atomraketenwerfer. Aber ich glaub, der scheppert richtig rein. Also, ja, ähm, soviel zur aktuellen Lage. Ähm, wieder zurück zum Spiel. Wir haben zwei Raketenwerfer, wir haben vier Shredder. Ähm, man merkt auf jeden Fall, es sind mehr Gegner. Ähm, ich komm kurz zum Ende mit den Ressourcen gut klar. Es sind mehr Gegner, ähm, die halten auch mehr aus, aber trotzdem bisher Gefahrenstufe 4. Also, ich komm echt gut durch. Ich kann auch sagen, das ist das hier, der Explosivmeister, will ich ihn immer nennen. Ähm, ist mein Lieblingscharakter, weil wenn man ein gutes Bild auf ihn hat und wirklich komplett auf Explosion geht, da kann man einen richtig, richtig guten Run, ähm, ab und zu haben. Also, mir macht der richtig, richtig viel Spaß. Ähm, ich, wenn ihr die Gefahrenstufe falsch spielen wollt, ich kann euch den nur empfehlen, falls ihr das Spiel auch habt. Ähm, falls ihr sterbt, ähm, was öfters mal vorkommt, ich empfehle euch, ähm, macht das Bild nach, worauf ich auch gehe. Also, wie gesagt, ihr könnt die Sachen, die ich mache, gerne nachbauen, wenn ihr nicht weiterkommt. Ähm, macht das auch gerne. Und, ja, genau. So, jetzt machen wir den auf episch. Dann haben wir drei Werfer, zwei Raketenwerfer und jetzt holen wir uns den Atomraketenwerfer auf Stufe 3. Und der normale Raketenwerfer macht 61 Schaden, der macht 121. Projektile können explodieren, Lebensabzug ist auch der abklingt. Oh, die abklingt jetzt plötzlich ein bisschen höher. Aber der Schaden, oh, 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 aber der Schaden ist hoch. So, wisst ihr was, dann machen wir den Schredder auf Legendär und holen uns noch einen Atomraketenwerfer. Weil jetzt haben wir zwei auf episch, zwei Raketenwerfer und zwei Schredder. Ich glaube, das ist eine gute Basic. Jetzt können wir gucken, gehen wir auf Raketenwerfer, äh, brauchen wir die Schredder? Oder können wir die Raketenwerfer irgendwann wegmachen und gehen auf die Atomraketenwerfer? So, also wäre der Nummer 10. Die Hälfte hätten wir dann schon geschafft. Und jetzt bin ich schon auf die Ratten. Oh, die schießen Projektile. Aber guckt euch den Explosionsradius an. Das ist so krank. Also die Schredder schießen schnell. Die normalen Raketenwerfer schießen auch und explodieren. Die Atomraketenwerfer sind ein bisschen langsamer, aber der Radius, der ist insane. Also ich glaube, wenn wir 2-2-2 machen, haben wir eigentlich ein ganz gutes Build. Weil wir schnell schießen können, wir können viel explodieren lassen. Also ich glaube, das ist so der Way to go. Wir gucken jetzt einfach mal, wie wir durchkommen. Vor allem in Welle 12. Ähm, da wäre ein bisschen Dynamit nicht schlecht, dass wir natürlich noch einen höheren Explosionsradius haben. Weil Welle heißt, ähm, beziehungsweise Horde, dass extrem viele Gegner kommen. Und da brauche ich natürlich Angriffsgeschwindigkeit und ich brauche einen hohen Radius, das viel explodiert. Weil wenn die Gegner mir zu nahe kommen, dann bin ich auch drin. Das wäre auch scheiße. So, die Hälfte haben wir. Hm, Max LP. Okay, Elementarschaden, genau. Weil wenn wir Elementarschaden skillen, dann kriegen wir Explosions, ähm, Größe. So, hier haben wir nochmal einen Raketenwaffel, dann haben wir einen schon mal auf E-Push. Da haben wir die Medaille, wir gehen nicht auf Crit, also können wir da auch reingehen. Da ist nochmal ein Schritt, dann haben wir den auf E-Push. Hm, da ist Elementarschaden, auf den gehen wir. Und da würde ich sagen, gehen wir rein in Welle Nummer 11. Also bisher läuft es eigentlich relativ gut. Wie gesagt, TNT wäre nochmal cool oder Dynamit, besser gesagt. Aber ansonsten läuft es echt gut bisher. Also wenn ich drei und vier beide First-Try schaffe, das wäre schon eine Sensation. Wie gesagt, das Video mit dem Generalist ist er leider verloren gegangen. Ich habe auch Thumb-Mail gestellt, alles. Ich wollte das Video auch schön hochladen. Und dann, ja, ich wollte es auswählen, das Video, wollte es zum Upload bereit machen. Und auf einmal, ähm, ja, war es einfach weg. Also gestern kam ja auch The Last of Us. Ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne rein. Ich würde mich freuen. Und wenn euch auch Potato gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Das hilft uns immer sehr weiter. Ähm, Tipps und Tricks könnt ihr mir gerne reinschreiben. Ähm, teilt das Video gerne mit euren Freunden, wenn sie dieses komische, verrückte Spiel auch mal sehen wollen. Also für 5 Euro, super, super Spiel. Ähm, teilt's, teilt gerne das Video. Ähm, ja, genau. Packt es euch in eure Playlists rein. Ähm, ja, genau. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, gerne auch natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke anmachen, dann verpasst ihr nichts mehr. Genau. So, jetzt kommt die erste Horde. Also jetzt kommen, jetzt kommen richtig viele Gegner. Aber der Atomraketenwerfer, der hat so einen geilen Radius. Also ich glaube, auch wenn jetzt Horde kommt, wir sollten das, denke ich, eigentlich sogar ganz gut schaffen. Weil auch wenn wir Schaden nehmen, wir haben ja Lebensabzugeskid. Also wir sollten uns auch wieder relativ gut heilen. Und Horde ist eigentlich gar nicht so verkehrt, vor allem wenn wir auf Explosionsgröße gehen. Weil mehr Gegner heißt natürlich auch mehr Ressourcen für uns. Es ist natürlich schwer mit vielen Gegnern, aber mehr Ressourcen heißt, wir können uns mehr Sachen im Shop kaufen. Und guckt euch einfach das an. Die Gegner spawnen und boom, sind sie direkt wieder tot von Explosionen. Es ist so geil. Es ist so geil, wirklich. Zack. Zack. Selbst die großen Gegner sind direkt tot. Und wir haben knapp 700 Ressourcen. Das ist abnormal. Also ich glaube, wenn man ein gutes Bild hat und vor allem so viele Ressourcen mit Horde, irgendwie kommt es mir so vor, Gefahrenstufe 4 ist einfacher wie Gefahrenstufe 2. Weil da habe ich viel mehr Probleme. So, Rüstung dürfen wir nicht drauf gehen, oder? Ja, genau. Das heißt, wir gehen auf Schaden. Wir müssen rerollen. Max LP. Das nützt uns alles nix. Nützt uns auch nix. Mit Bäumen können wir mal mit... Oh fuck. Was habe ich jetzt gekauft? Irgendwas habe ich aus Versehen gekauft, das ich nicht wollte. Scheiße. Naja, passiert. Elementarschaden. Jawohl, sehr gut. Komm, nochmal ein TNT. Oh. Jetzt können wir entweder zum Legendären machen, oder wir hauen eine Waffe weg. Und ich glaube, wir machen sogar einen zum Legendären und holen uns noch einen und den Hasen drüber sperren. So, wir werden Nummer 13. Und wenn wir die schaffen, kommt wieder eine Horde. Und guckt mal, wir hatten ja noch so viele, ähm, ähm, hier, grüne Partikel am Leben, weswegen wir 103 im Beutel hatten sogar. Also wir kriegen richtig viele Ressourcen. Denn die Ressourcen, die wir ja im Beutel haben und nach einer Runde nicht einsammeln, die werden gespeichert. Und deswegen, immer wenn ich jetzt ein Material einsammle, steht da mal zwei. Und dann kriege ich die Materialien, die ich aufsammle und kriege ich bloß eben eine im Beutel. So, Welle Nummer 13. Jetzt kommen schon mehrere, die schießen. Jetzt kommen auch schon mehrere mit Rüstung. Und diese Tentakel, die machen extrem viel Schaden. Die mag ich auch überhaupt nicht. Aber schaut euch an, wie viel Schaden wir machen. Aber ich kriege auch viel Schaden. Weil ich muss echt aufpassen. Weil wenn wir auf Rüstung gehen, ähm, Rüstung wird ja halbiert. Und wir dürfen nicht auf Rüstung gehen. Deswegen müssen wir wirklich auf Lebensabzug gehen und auf maximal LP. Dass wenn wir getroffen werden, dass es nicht so schlimm ist. So, her mit den Ressourcen. Oh, und nicht getroffen werden. Schon wieder 119. So, Kaffee, max LP. Nochmal einen Raketenwerfer, sehr schön. Ja, dann müssen wir legendär machen. Dann holen wir uns den da. Und jetzt kommt die nächste Horde in Welle Nummer 4. 10. 75 Leben haben wir. Das ist nicht verkehrt. So. Wir haben mittlerweile drei legendäre Waffen. Alles klar. Wenn wir noch ein paar Waffen auf Episch kriegen. Oder vielleicht doch noch ein, zwei Waffen legendär. Das wäre schon nicht verkehrt. Weil ich glaube, die Horden machen uns nix aus. Die geben uns Ressourcen. Aber ich glaube, wenn die Bosse kommen. Ich weiß nicht, ob auf Gefahrenstufe 4 schon zwei Bosse kommen am Ende. Oder erst auf Gefahrenstufe 5. Aber ich glaube, die werden uns Probleme machen. Weil ich habe öfter Probleme bei den Bossen. Als wenn einfach richtig, richtig viele Gegner kommen. Und guckt euch die Explosionsgröße an. Das ist so abnormal. Aber auch die roten Kugeln. Also wenn ich getroffen werde. Ich habe zwar 75 Leben. Aber ich kassiere trotzdem relativ gut Schaden. So. Aber es läuft. Es läuft. Wir kommen gut durch. Und Welle 15 wird eventuell auch wieder einfacher wie die Welle. Weil die Welle ist ja eine Horde. So. Und zack. 206 im Beutel. Aber dann nur Scheiße. IP-Generation. Billiger machen das Zeug. Kartoffeln werfen ist nicht gut. Wir können nochmal Minen holen. Werkzeug brauchen wir auch nicht. Nein. Ich möchte TNT. Raketenwerfen episch. Jetzt muss ich den blauen. Ah, der blaue war jetzt zum Samstag. Aber naja. Bäume können wir nochmal mitnehmen. Gut. Dann gehen wir in Welle 15 rein. So. Alles klar. Und dann in Welle 16 oder 17 kommt ja der Elite-Gegner. Ich bin gespannt, wer es wird. Ich bin gespannt, ob es schwer für uns wird. Oder ob wir das auch easy peasy schaffen, wie die Wellen bisher. Aber wie gesagt. Man sollte ein Potato nie den Mund zu voll nehmen. Weil es wirklich jederzeit passieren kann, dass irgendwie ein Charakter einen trifft. Dass man in der Sackgasse ist. Und wupp. Ist der ganze Run auch schon wieder vorbei. Also es kann wirklich jederzeit alles mögliche passieren. Es kommt immer drauf an, welche Gegner spawnen und wo spawnen Gegner. Also. Ja, falls ihr selber das Spiel spielt, schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare. Welchen Charakter spielt ihr denn gerne? Habt ihr schon Gefahrenstufe 5 geschafft? Gefällt euch das Spiel immer noch? Sollen wir eine Playlist mit Gefahrenstufe 4 oder 5 machen? Wollt ihr alle Charaktere sehen? Oder nur die, wo ich Bock drauf habe? Also schreibt doch mal, wie häufig ihr in der Woche das Spiel sehen wollt. Also keine Ahnung. 2, 3, 4 Mal. Oder jeden Tag. Jeden zweiten. Wie ich Bock drauf habe. Also einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Oh, Explosionsgröße. Oh mein Gott. Das ist ja perfekt. Alienaugen sind auch gut. Also ja. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Da gehe ich auch drauf ein. Oh, Explosionsschaden. Jawohl. Jetzt haben wir Größe und Schaden. Bäume direkt weg. So, Welle 16 kommt noch nichts. Und in Welle 17 kommt der Elite-Gegner. Und schaut euch jetzt einfach an, wer... Oh nein. Das halbe Spielfeld explodiert. Vor allem, wir machen jetzt mehr Schaden. Und die Größe ist... Oh mein Gott. Das ist so krank. Also ich glaube, ungelogen, das ist der beste Charakter im Spiel. Ich habe natürlich noch nicht alle Charaktere gespielt, aber bisher das, was ich sehe, ist unglaublich geil. Die Größe ist gut und... Boah. Es ist wirklich genial. So, alles klar. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, ich kann hier nebenbei ein bisschen reden. Einfach gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, wie gesagt. Es ist auch ein bisschen gesundheitsbedingt, wie die Videos kommen. Aber ich gebe mir Mühe, dass einiges kommt. Ich möchte euch auch nicht enttäuscht, sondern ehrlich zu euch sein. Es kommt immer darauf an, wie es mir geht. Ob ich Zeit habe. Und ja, dann kommt ein Video. Manchmal vielleicht nicht. Also auch keine Angst. Also wenn auch mal zwei, drei Tage nichts kommt, dann mache ich auch einen Infopost und informiere euch. Also ohne, dass ich euch jetzt nicht informiere, dann kommt eigentlich schon nichts. Außer es ist jetzt irgendwie was ganz Schlimmes, Privates. Dann kommt vielleicht mal nichts. So. Oh, noch ein Explosionsschaden. Sehr gut. Und jetzt kommen die Elite-Gegner. Hoffentlich ein einfacher. Oh, den kenne ich sogar gar nicht. Aber guckt euch mal an, wie viel Schaden wir dem machen. Der hat ja gar keine Chance. Also, das könnte sogar der Run sein. Genauso wie in Gefahrenstufe 3, dass ich Gefahrenstufe 4 einfach First Strike schaffe. Wenn ich den jetzt umbringe, haben wir die Welle dann direkt geschafft oder geht die noch weiter? Schauen wir mal. Oh mein Gott, aber... Oh mein Gott, jetzt wäre ich fast gestorben. Der macht richtig viel Schaden, der Heini. Eine rote Kiste, auch interessant. Und her mit den Ressourcen. Also, wie gesagt, ihr habt es gerade gemerkt. Ich habe den nun zu voll genommen. Ich habe gesagt, ja, der ist richtig easy. Und dann wäre ich sogar noch fast verreckt. Aber, wenn der Boss auch so wird, dann habe ich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir das hier schaffen können. An der Stelle. Weil die Explosionsgröße des Schadens, das ist einfach insane. Das ist ungelogen. Ähm, meinem nach wirklich der beste Charakter im Spiel. Es macht so, so viel Spaß. Ähm... Ne, wir werden... Elementarschaden nochmal. Nochmal Atomraketenwerfer. Sehr gut. Jetzt haben wir 4 Waffen auf Legendär. Wanderbot, der macht Gegner langsam. Sehr, sehr gutes Item. Weil dann können die Gegner nicht so nah zu mir herankommen. Und dann sterben sie ja einfach. Weil jetzt kommen die Charger. Und wirklich... Ich muss nichts machen. Die kommen nicht ran an mich. Weil wenn die zusammenstehen nebeneinander, die sterben einfach, weil die Explosionsgröße, der Radius, einfach so hoch ist. Und selbst die Starkgegner, die rot umrundet sind, selbst die sterben mit einem Schuss. Also es ist wirklich insane. So, jetzt kommen hier wieder die Schießen. So, schon ausreichend. Die Minen haben wir ja auch. Wir haben schon Früchte, dass wir uns heilen können. Also ich finde, der Atomraketenwerfer, dass ich den freigeschalten habe, ich glaube, der macht doch so ein... noch mal so einen kleinen Unterschied, was die... was den Schaden und die Explosionsgröße angeht. Ich hätte auch natürlich vielleicht eventuell nur mehr auf Raketenwerfer gehen können, aber... ähm... Ich finde, die sind schon... schon gut. So, zwei Wellen haben wir noch. Glück brauchen wir nicht. Elementarschaden minus 10 Gegner. Ja, minus 10 Gegner ist doch gut. Holen wir uns, weil wir gehen hier auf Elementarschaden. Weil durch Elementarschaden... Wie viele haben wir denn jetzt schon mittlerweile? 76 plus... für Explosionsgröße haben wir. Ja, 76. Geil. Oh, den müssen wir... Nee, 400 ist zu teuer. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Welle 19 und Welle 20. Gucken, wie ob wir uns noch was holen können. Und dann geht's rein ins... Ja, Finale. Von dem Run. Genau. So, alles klar. 50 Sekunden, die wir umbringen müssen. Dann haben wir es geschafft. Also ich finde, der Bot... äh... den Wanderbot, den wir haben, der macht auch einen richtig guten Job. Also wenn ihr den im Shop habt, immer holen. Ähm... Weil der die ganzen Gegner langsamer macht. Das heißt, ihr habt doch mehr Platz, euch zu bewegen und nochmal auszuweichen. Wenn euch die Gegner denn zu nahe kommen sollten. Und ja, also... Welle 19, wir rasieren komplett rein. Also ich hatte auch schon Runs auf Gefahrenstufe 0. Da bin ich in Gefahrenstufe 19 richtig, richtig oft gestorben. Aber wenn ich hier den Unterschied sehe, und das ist Gefahrenstufe 4. Also 4 Stufen schwerer. Wir haben keine Probleme. Ihr seht, ich nehme keinen Schaden. Ich kann einfach frei rumlaufen. Das ist wie Urlaub. Ich habe kein Problem. Ich laufe und laufe und laufe. So, und das war's. Welle 19 geschafft. Und jetzt kommt noch eine Welle. Und wenn wir die schaffen, dann haben wir Gefahrenstufe 5 freigeschaltet. Und ich glaube, die wird wirklich extrem... Äh... Geschützt bauen wir nicht. Minus 10 Tem... Projektile haben ab... Ne, nutzt uns auch nichts. Dynamit ist gut. Bäume sind gut, weil wir haben viele Bäume. Nochmal Schredder. Jawohl, jetzt haben wir noch eine Waffe auf Legendär. Und... Ja, das war's. Also wir haben zweimal Augen. Wir haben dreimal mehr Bäume. Und wenn wir den Baum umbringen, dann spawnt ein Geschütz. Dann haben wir viermal Minen. Viermal Explosionsschaden. Also ich glaube, den Boss müssen wir jetzt richtig, richtig schnell wegmachen. So, also es geht los. Welle 20. Nochmal durchatmen und einfach den Boss töten. Weil dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir Gefahrenstufe Nummer 5. Also, wir gehen rein. Auf geht's. Ja, der hält ganz gut aus. Und es ist der Magier, der diese Projektile um sich rum schleudert. Da muss man auch aufpassen, weil irgendwann werden es ganz, ganz viele... Aber hopp. Oh mein Gott. Ist er jetzt schon halber tot? Schaut euch den Schaden an, den wir... Äh, das müssen wir schaffen. Wenn da jetzt nichts schief geht, schaffen wir das. So, der schießt jetzt nämlich auch noch. Aber schaut euch das an. Wir können den Boss umbringen. Wir können die normalen Gegner umbringen. Also, der hat... Oh mein Gott, jetzt wird ich getroffen. Der hat keine Chance gegen uns. Aber die Projektile... Komm, nicht mehr viel. Komm, 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 komm. Und wir haben es geschafft. Gefahrenstufe 4 geschafft. Ohne Probleme. Gefahrenstufe 5. Und wir haben den Ritter freigeschaltet. Sehr schön. Der Ritter ist auch ein richtig, richtig cooler Charakter. Und Gefahrenstufe 5 freigeschaltet. Das war der Run. Werkmeister. Taschenfabrik. Kerze. Fesseln. Wanderbot. Limonade. Holzfällerhemd. Zweimal die Alien-Augen. Einmal den Plastik-Springstoff. Der Coupon. Dreimal der Baum. Viermal Landmen. Kleines Magazin. Viermal Dynamit. Das Sparschwein. Die Medaille. Das Lagerfeuer. Dreimal der Gefährliche Hase. Die Lederweste. Der Benzintank. Und zweimal der Kaffee. Jawohl. Wir haben es geschafft. Also wenn es euch gefallen hat. Sehr gerne eine positive Wertung dalassen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abonnieren. Und die Glocke anmachen. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und dann haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.